Kein Zweck, Kein Zweck, Ben Ali muss weg! Schaut an, schaut an, was Ben Ali getan! 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 Blut, bat, blut, bat, Indonesian, vibertad! Blut, bat, blut, bat, Indonesian, vibertad! Blut, bat, blut, bat, in Tunesien, vibertad! Blut, bat, blut, bat, in Tunesien, vibertad! In Tunesien innerhalb dieser 23 Jahre als Präsident sich gestellt hat. Der Präsident Ben Ali hat am Samstag, den 7. September 1987, einen Putsch gegen Habib Burkigba gemacht und hat ihn entmachtet. Dann, der hat auf seinem Sattel gesetzt, pardon, gesessen, bis heute, in unserem heutigen Tag. Tunesien-Diktatur schlägt zurück, das heißt Ben Ali von Tunesien. Wie verzweifelt muss Mohammed Bouazizi, der Tunesier gewesen sein, wie groß seine Ohnmacht und seine Zorn. Der 26-jährige Tunisier, der war eine Akademiker, der war eine sehr gute Chemiker und der hat anschließend keine Arbeit gefunden. Mitte Dezember in seiner Heimatstadt, Sidi Bouazizi, in Tunesien, das ist im Süd-West von Tunesien, mit Benzin sich übergossen und angezündet. Vor der Gouverneur von Sidi Bouazizi. So wollte er gegen die sozialen Missstände in seinem Land Tunesien protestieren. Seit Bouazizi strategischen Selbstmordversuch, gehen in Tunesien tausende Jugendliche und junge Erwachsene auf die Straße. Bis heute sind sie zu sehen, um gegen Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen zu demonstrieren. Aus dem zunächst friedlichen Solidaritätskundgebungen für Mohammed Bouazizi, der Junge, der sich mit Benzin verbrannt, hat sich ein Aufruf gegen die Sicherheitskräfte entwickelt. Immer wieder kommt es zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei, natürlich in Tunesien. Die Gewalt eskaliert am Freitag, den 7. Januar 2011 und am Wochenende bzw. vergangenen Wochenende. Die Staaten treiben 50 junge Menschen durch Schüsse aus Polizeiwaffen von Ben Ali. Berichtet die französische Zeitung Le Monde, die tunesische Regierung sprach von 14 Toten, nur von 14 Toten. Die Opfer seien mit Benzinbomben, Steinen und Stücken bewaffnet gewesen und hätten öffentliches Eigentum angegriffen. Die Copyright Untertitel von SWISS TXT Hand in Hand zum Widerstand! 20 Jahre reicht aus, Ben Ali muss raus! Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali! Ben Ali, 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 Ben Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche, die Kirche! Die Kirche, 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 die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche, die Kirche!